Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2 mit einem kleinen Tutorial am Start und zwar habe ich sehr oft die Frage gelesen, wie man denn jetzt eigentlich dieses Link Power Up nutzt und das geht ganz einfach, ihr platziert einfach ganz normal einen Pilz und dann bearbeitet ihr den, indem ihr lange auf den A-Knopf drückt und dann könnt ihr hier das Masterschwert auswählen das gleiche gilt auch mit der gefroren Münze, die könnt ihr auch so bearbeiten Genau, hier in der Spielanleitung findet ihr auch nochmal alle neuen Elemente hier bei F&A Frage und Antworten 2.0 Da ist das alles nochmal zusammengefasst und jetzt freue ich mich dann auch demnächst auf eure Level Ich bin gespannt, was ihr so alles kreiert Der nächste Zuschauer-Level-Stream, der wird demnächst kommen Ich freue mich schon auf euch und ja, viel Spaß beim Bauen wünsche ich euch Ich freue mich schon auf euch und ja, viel Spaß beim Bauen